Willkommen zum Chespis Magazin 181. Die beiden Top-Turniere dieser Ausgabe sind der World Cup in Tiflis, der von Levon Aronian gewonnen wurde im Finale gegen Ding Liren. Und beide haben sich für das Kandidatenturnier qualifiziert. So wie eines der stärksten Open aller Zeiten, das Open auf der Isle of Man, das der Weltmeister Magnus Carlsen für sich entscheiden konnte. Wirklich spannende, moderne Zeiten, wo der Weltmeister in einem Open an den Start geht. Ja, daraus habe ich ausgewählt Aronian Vashilagraf aus Tiflis. Eine der wichtigen Partien für das Weiterkommen und dann ja letztlich auch den Sieg des Armenias Levon Aronian. Wie reagierte er hier auf H4? Sehr mutig. Er opfert den Springer. Er tauscht erst auf G7 und dann Läufer C4. Und Weiß hat einen extrem gefährlichen Angriff. Eine fantastische Partie. Schauen Sie sich Nadanians Anmerkung auf der DVD genau an. Herrliches, modernes Angriffsschach wie überhaupt der Weltcup. Viele spannende Kampfpartien bot. Vom Isle of Man Open hat Peter Heine Nielsen den Sieg von Magnus Carlsen mit Schwarz gegen Fabiano Caruana kommentiert. Wie lautete hier die Schlusspointe von Magnus Carlsen mit Schwarz im Zug? Läufer F4 und Weiß gab auf. Und wie immer habe ich hier natürlich so gut wie alle Kommentare aufgrund der Platzprobleme des Videoformats löschen müssen. Aber auf der DVD sind Peter Heine Nielsens Anmerkungen natürlich alle mit drauf. Es gibt 10 Eröffnungsbeiträge. Igor Stohl befasst sich in Opening Trends mit dem königsindischen Angriff und neue Entwicklungen dort. Und unter anderem spannend fand ich Kamsky Lenderman und kann natürlich das aus vielen Eröffnungen entstehen. Hier geht es jetzt so ein bisschen los mit D3 und nach E4 ist das dann völlig definiert. Also königsindischer Angriff. Das kann Weiß natürlich gegen ziemlich viele schwarze Aufstellungen oder fast alle schwarze Aufstellungen spielen. Und dieses hier ist auch schon eine alte Variante, die seit Jahrzehnten in der Diskussion ist. Und Kamsky gelang ein wunderschöner schematischer Sieg auf den Gleisen nach A4, H6 auf den geschwächten schwarzen Feldern. Eine sehr instruktive Lehrpartie. Schwarz sollte hier H6 spielen und dann entsteht zweischneidiges Spiel. Stohl untersucht das natürlich im Detail wie auch andere neue Trends in dem königsindischen Angriff. Es gibt neun weitere Beiträge, davon werde ich gleich noch einige vorstellen. Und drei Eröffnungsvideos. Daniel King untersucht Schottisch mit Schwarz mit viertens Springer F6. Michael Marin katalanisch mit Weiß. Und Simon Williams schaut sich im Sizilianer die Überraschungswaffe zweitens Läufer E2 mit Weiß an. So können Sie ja den Gegner direkt aus seinen Sizilianischen Gleisen herausnehmen und ein ganz anderes Terrain führen. Ich möchte noch vorstellen, Alexey Kuzmin befasst sich mit folgender Nebenvariante im slavischen Damengang mit Abtauschvariante. Und jetzt der Überraschungswaffe Läufer G5. Ja, das ist vielleicht doch giftiger als man so denkt. Wenngleich in Riazantsev, Blomquist, Minsk 2017. Schwarz hätte später dann Remi halten können. Aber die Gleise sind schmal. Als Überraschungswaffe auf jeden Fall gut geeignet. Schwarz steht vor ganz ungewöhnlichen Problemen. Das ist ja so eine Mischung aus slavisch Abtausch und Trompowski Variante mit eigenem Flair. Dem Kuzmin genauer auf den Grund geht. Dann Londoner System, was ja zur Zeit schwer in Mode ist. Nachdem sogar Weltmeister Magnus Carlsen es ja in schnell Blitz- und Turnierpartien aufgenommen hat. Und hier gegen Marin Boziochic bei der Blitz-Weltmeisterschaft gewinnen konnte. Und Lars Schandorf schaut sich das genauer an, wie giftig hier Läufer B5 ist. Ja, normalerweise gehört er ja nach D3, würden sie sicher einwenden. Aber das bietet doch eine Reihe eigener Nuancen. Und ja, hier gewann in dieser Blitzpartie Magnus auch relativ schnell. Aber das war natürlich nicht erzwungen. Ja, wenn sie da also am Londoner System Interesse haben und da weitere Waffen suchen, dann schauen sie sich Lars Schandorffs Artikel im Detail an. Und wenn sie mit schwarzem Gegengriff brauchen, natürlich auch. Ja, dann kommen die Kolumnen. Im Fieder-Trainingskurs betrachtet F. Stratios Griffas die schwache Grundreihe. Und hier habe ich ein Beispiel ausgewählt. Natürlich die berühmte Partie, wobei nicht ganz klar ist, ob es wirklich eine Partie war. Oder ob nicht Edwin Ziegler Adams sich das ausgedacht hat, damit sein Trainer Carlos Torre mit einem Meisterwerk verewigt wird. New Orleans 1920. Also das ist bis heute offen. Auf jeden Fall ist hier die Kombination. Weiß zieht und gewinnt durch die schwache schwarze Grundreihe. Fantastisch, tief, lang, zügig. Finden Sie das selbst? Wenn nicht, dann schauen Sie sich die Lösung von Stratios Griffas auf der DVD an. Und das Thema ist natürlich ein Evergreen. Da kann man einfach nicht genug von haben. Taktisch gut genug aufgestellt sein. Teil 2. Ich betrachte erneut Endspiele mit Turm gegen Läufer. Teil 2. Das musste ich aus aktuellen Gründen einfach machen, weil in Tiflis so viele fantastische Beispiele waren. Hier habe ich natürlich wieder so gut wie alle Kommentare gelöscht. Aronian Dubov. Wie soll Weiß am Zug hier gewinnen und den Läufer austanzen? Das ist erstaunlich schwierig, aber die B1 H7 Diagonale ist zu kurz. Turm D7 Schach. König F6 muss verhindert werden. Also König G6 und G4. Und jetzt ist die Diagonale zu kurz. Die hat nämlich nur vier Felder. B1 bis E4. Und die können König und Turm alle nehmen. Der Turm 2, der König 2. Der Läufer muss weg. Und dann kann man gewinnen, indem man über E4 reinläuft, wie Marco Baldorf auf der Chefsbis-Webseite ja auch schon nachgewiesen hat. Aber diese Endspiele können extrem tief und schwierig sein. Und Aronian hat diesen Plan ja auch nicht gefunden. Er lebte auch von weniger Zeit, sodass es hier noch sehr oft hin und her ging. Und auf der DVD sind natürlich auch alle Nuancen dort angeführt und erläutert. Hier muss sich wieder so gut wie alles löschen. Aber schauen Sie sich das an. Es ist wirklich unglaublich faszinierend, welche Feinheiten dieses ungleiche Duell mitunter bereit hält. Und was ja auch in Tiflis zum Tragen kam. Michael Marin befasst sich mit schwierigen Zügen. Das ist natürlich auch hier für mich schwierig darzustellen. Das kann auch verschiedenste Gründe haben, wie er erläutert. Karpov dies der Coral montiert 1976. Weiß würde gerne B4 machen, aber da mir eins stört vielleicht und Karpov wäre nicht Karpov, wenn er nicht erst alles prophylaxieren würde und dann die noch runternehmen würde. Und dann erst viel, viel später hier mit B4 dann immer weiter Raum greift und seinen Raumvorteil in typischer Manier immer weiter ausbaut. Und Schwarz so weit zurückdrängt, dass er dann schließlich gewinnen kann. Aber schwierige Züge sind natürlich für mich hier auch schwierig zu präsentieren. Schauen Sie sich das im Detail in der Darstellung von Michael Marin auf der DVD an. Das ist einfacher. Oliver Rhee betrachtet in der Taktik Rubrik Taktik hilft Technik. Ein typisches Beispiel ist hier Wang Hao, Zen Gupta, Tiflis 2017. Weiß steht natürlich klar besser. Der schwarze E4 ist so ein bisschen von der Restarmee absepariert. Und Schwarz ist, die Leichtfiguren sind doch passiv. Weiß hat schöne Perspektiven, aber das ist alles schön und gut. Aber man muss ja irgendwie auch gewinnen. Und wie kam hier Wang Hao die Taktik seiner Technik zur Hilfe? Turm der Acht Schach und dann Turm H8 und Weiß gewinnt Material und dann die Partie. In Move by Move betrachtet Simon Williams, Akobian, Lendermann. Das ist nebenzuindisch mit viertens Dame C2. Es geht zwar Remi aus, aber das Ganze ist schon irgendwie ein bisschen aus weißer Sicht. Und Simon ist ja immer sehr inspirierend und beantworten Sie seine Fragen im interaktiven Format natürlich erst selbst. Denken Sie da immer drüber nach und schauen Sie sich dann die Lösungsvideos an. Nur dann profitieren Sie von der Interaktivität. Lassen Sie sich nicht einfach nur passiv berieseln. Das ist nicht der Weg besser zu werden. Und last not least wie üblich die Eröffnungsfallen. Rainer Knack hat 10 ausgewählt. Ich habe daraus wieder eine ausgewählt. Narciso Dublan Blanco. Spanische Schnellschach-Meisterschaft Linares 2017. Diese Version des geschlossenen Sicilianers. Und ja, es ist eigentlich auch gar keine so richtige Falle. Weiß spielt halt sein normales System. Und viele Schwarze spielen jetzt Springer D4, obwohl B5 der richtige Zug wäre. Aber Springer D4 kommt auch mitunter in einigen Abspielen natürlich vor, aber zum richtigen Zeitpunkt. Warum ist das hier ein Fehler? Wie nutzte Narciso Dublan das aus? Lösen Sie das erst selbst. Schauen Sie sich danach dann die Lösung auf der DVD von Rainer Knack an. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit ChessBiz Magazin 181.